Die Bundesinnenministerin ist bei uns, Nancy Faeser. Guten Abend, Frau Faeser. Guten Abend, Herr Sievers. Sie zeigen sich jetzt sehr zufrieden, dass dieser Abschiebeflug gelungen ist. Es gibt aber ja aktuell noch viel, viel mehr Menschen, die abgeschoben werden sollen. Heißt das, das geht jetzt so weiter? Mehr Flüge jeden Tag oder war das eine Wahlkampfaktion? Nein, um Gottes Willen, die heutigen Abschiebungen nach Afghanistan, das ist uns jetzt erstmals nach drei Jahren wieder gelungen. Schwere Straftäter und islamistische Gefährder abzuschieben. Das bedeutet lange Vorbereitung. Ich habe heute ja bereits gesagt, dass wir nicht mit den Afghanen, nicht mit dem Taliban verhandeln können, sondern Partner dafür brauchen, um eine solche Abschiebung durchzusetzen. Insofern erfordert das sehr viel Vorbereitung und Zeit. Ich bin froh, dass wir heute das Signal senden können, dass der Rechtsstaat sich durchsetzt. Die Sicherheit Deutschland geht für mich vor. Und wir haben jetzt auch dieses starke Signal gesendet. Und ja, wenn wir weiterhin diesen Weg offen haben oder auch andere Wege, dann werden wir da auch weitermachen, ganz konsequent. Wann ist der nächste Flug? Das kann ich Ihnen noch nicht beantworten. Ich bitte da auch um Verständnis. Wir haben auch vor diesem Flug überhaupt nicht kommuniziert. Und nur deshalb hat alles gut geklappt. Ich glaube, für die Bürgerinnen und Bürger ist jetzt erst mal wichtig, dass wir wieder die Möglichkeit haben, nach Afghanistan schwere Straftäter, islamistische Gefährder abzuschieben. Sie haben es jetzt gerade selber gesagt, Sie haben das über Dritte eingefädelt, in diesem Fall Katar. Deutschland will nicht selbst mit den Taliban reden. Können Sie denn, oder anders gefragt, wie können Sie denn sicherstellen, dass diesen Menschen jetzt in Afghanistan nichts Schlimmstes droht, wie Amnesty International befürchtet? Der Tod zum Beispiel. Nein, davon gehen wir nicht aus. Aber was heißt, Entschuldigung, Frau Feser, Sie gehen davon nicht aus. Haben Sie konkrete Garantien bekommen von den Taliban? Also, wir haben ja mit den Taliban nicht selber verhandelt, aber über Partner und alles gehört dazu, dass wir eine rechtsstaatliche Durchsetzung der Abschiebung machen. Wir können das nach deutschem Recht, nach § 58 Aufenthaltsrecht. Und wir schieben natürlich nur dann ab, wenn wir wissen, dass dort auch nicht dann der Tod droht. Das haben Sie garantiert bekommen über Partner? Ja, wir haben mit Partnern das verhandelt. Wie gesagt, wir haben alles rechtsstaatlich eingehalten. Und da gibt es auch keine Kritik dran. Deswegen erfordert das ja viel Zeit, ich würde es noch mal sagen, und eine sorgfältige Vorbereitung, damit all diese Dinge gut funktionieren. Und das haben wir getan. Sie sagen, es gibt keine Kritik daran. Es gibt massive Kritik daran von Menschenrechtlern und Pro Asyl zum Beispiel. Die sagen, das ist eine Bankrotterklärung des Rechtsstaats. Aber ich frage jetzt noch mal anders in die Richtung der finanziellen Komponente des Ganzen. Hat Deutschland Geld gezahlt an Drittstaaten oder an die Taliban? Nein, wir haben kein Geld gezahlt, um das zu ermöglichen. Selbstverständlich, wenn Kosten verursacht werden, wie Transportkosten oder Ähnliches, dann müssen wir das übernehmen. Das ist bei jeder Abschiebung so. Aber es ist kein Geld geflossen. Jeder der jetzt Abgeschobenen bekam 1.000 Euro sogenanntes Handgeld. Wie begründen Sie das denn, dass verurteilte Straftäter auch noch Bargeld von Deutschland bekommen auf ihrem Flug zurück nach Afghanistan? Also das führen die Länder durch. Aber das geschieht deshalb, und das ist auch ein übliches Verfahren, um die Rechtsstaatlichkeit zu garantieren und nicht zu riskieren, dass uns Gerichte bei dieser Entscheidung aufheben und sagen, es droht Verelendung in dem Land, in das wir abschieben. Wie gesagt, das ist ein ganz übliches Verfahren. Das soll quasi die Sicherheit der Maßnahme sozusagen absichern. Jetzt haben Sie gerade in diesem Interview auch schon selbst gesagt, wir sind da auf einem neuen Weg als Bundesregierung. Die AfD sagt jetzt bereits, jetzt macht ihr endlich das, was wir schon die ganze Zeit fordern. Da ist was dran, oder? Nein, ich mache mich auf keinen Fall mit Forderungen der AfD gemein. Wir haben in Deutschland ein humanitäres Flüchtlingsrecht. Wir halten uns an Recht und Gesetz. Und was ich dieser Tage so alles lesen muss, da gibt es viele vollmündige Sprüche, die sagen, was man jetzt alles machen muss mit Abschiebestopp und dies oder jenes. Wir sind an europäisches Recht gebunden, an die Genfer Flüchtlingskonvention. Das halten wir selbstverständlich ein. Und deswegen erfüllen wir keine Forderung von der AfD, sondern, und das ist mir ganz wichtig, Herr Sievers, wir setzen hier den Rechtsstaat durch. Diese Menschen haben ihr Recht verwirkt, hier ihr Asyl zu bekommen, indem sie schwerste Straftaten begehen oder islamistische Gefährder sind. Und da halte ich es für sehr wichtig für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hier, dass wir auch rechtsstaatliche Mittel wie eine Abschiebung dann, wenn sie vollziehbar ist, auch durchsetzen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie den Rechtsstaat ja schon immer durchsetzen möchten. Nur es fällt schon auf, dass jetzt plötzlich Dinge gehen, die bislang nicht gingen. Und das, ohne dass sich rein rechtlich irgendetwas geändert hatte. Ist jetzt einfach der politische Wille in der Koalition ein anderer? Ist es das? Nein, ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Es ist natürlich einmal faktisch, wir hatten lange keine Möglichkeit, keine tatsächliche Möglichkeit abzuschieben. Immer, weil wir gesagt haben, wir verhandeln nicht mit Taliban. Deswegen hatten wir keine Kontakte in das Land direkt, wohin wir heute abgeschoben haben nach Afghanistan. Und das andere ist aber, dass natürlich auch der politische Wille von allen Koalitionspartnern vorhanden sein muss. Sie wissen, dass der Bundeskanzler diesen Sommer das angekündigt hat. Und jetzt haben wir es umgesetzt. Er hat es in einem großen Stil angekündigt. Jetzt haben wir 28. Über weitere Fälle wollten Sie noch nicht reden. Ist das der große Stil? Also es geht nicht um diese 28 Fälle schwerster Straftäter und islamistischer Gefährder, die wir in ein schwieriges Land nach Afghanistan abgeschoben haben. Es geht hier generell darum, dass wir die Menschen, die eben kein Recht haben, hier zu sein, die irregulär eingewandert sind, auch wieder zurückführen können. Das ist Rechtsdurchsetzung. Das ist das, was der Kanzler angekündigt hat, im großen Stil. Die Zahlen sind schon nach oben gegangen, unsere Abschiebung. Wir haben da viel, viel Gesetze verändern müssen. Wir haben das in einem großen Rückführungspaket gemacht und haben das durch den Bundestag beschließen lassen. Das hat sehr gut funktioniert. Da bin ich auch den Abgeordneten sehr dankbar. Und deswegen haben wir jetzt auch einfachere Voraussetzungen. Was uns nach wie vor Sorge macht, und vor allen Dingen nach dem furchtbaren Anschlag in Solingen, ist die Frage, wie wir die sogenannten Dublin-Fälle, das sind diejenigen, die in einem anderen europäischen Land Flüchtlinge einen Antrag gestellt haben und eigentlich dort ihr Asylverfahren durchlaufen müssen, aber nach Deutschland kommen, wie wir die wieder zurückbekommen in die Länder, wo sie ihren Antrag gestellt haben. Und daran sind wir gerade am Arbeiten. Ja, zu den großen europäischen Problemen des sogenannten Dublin-Systems werden wir sicherlich ein anderes Mal und häufiger noch reden. Für heute herzlichen Dank. Nancy Faeser war das die Bundesinnenministerin. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Sievers.